Bär ein, Bär aus. Bär ein, Bär aus. Bär ein, Bär aus. Bär ein, Bär aus. Knurfenrüstung an, Knurfenrüstung an. Vor allem... Ich kann nur an, aus geht bei mir nicht. Schade, das merkt man natürlich so im Rumlaufen nicht, aber mein anderes Schwert, das ist rot. Mhm. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Wegpunkt zu den verdorften Hübeln. Nee, doch, ja, noch verdorften Hübeln. Noch weiter? Aber wenigstens noch den Wegpunkt in der fernen Oase finden. Na okay, das ist ja nicht mehr so schwer, den haben wir ja schon halb gefunden einmal. Also, wir wissen wohl die fernen Oase ist, aber da noch den Wegpunkt zu finden, könnte ein bisschen krampfig werden. Ach ja. Das war doch irgendwo da oben, war es nicht? Mhm. Die Wüste ist groß. Nein, wüste groß. Wüste groß sein. Bist du schneller als ihr? Ja, du bist saumäßig schneller als ich. Du bist ein Barbar, das wunderschön. Miau, miau. Aber jetzt, wo du sagst, manchmal, wenn dein Schwert sich so bewegt, sehe ich doch was Rotes. Ich finde, dieser Griffschutz da ist rot bei deinem... Ein ferner Hügel. Perfektor. Und... Achso, das ist ne... Oh, fliegen! Ich bin ja mal gespannt, bis die Chin-Waffen auftauchen. Die was? Die Verzauberten. Ja. Ach, sag bloß, das kann man auch finden. Hm? Sag bloß, Verzaubertes Spielzeug kann man auch finden. Ja, allerdings, dass das dich da nicht mag. Wie? Die Viecher kämpfen gegen dich. Warte mal, Waffen kämpfen gegen mich? Ja. Wieso kämpft eine Waffe gegen mich? Ah, und jetzt wieder die Devise, alle Edelsteine zu mir und so, ne? Oh, ja, klar. Also nicht jetzt, wenn wir nachher im Dorf sind. Wir wollen das jetzt mal nicht hier. Oh, ja, jetzt kommt das ganze Kruppzeug hier an. Ah, wie das Spaß macht. Ah, ich lieb Kruppzeug. Lecker. Das muss platschen und knacken bei jedem Schlag. Die Viecher müssen spritzen. Hm, klingt doch lustig. Hm, gebacken nach Heber. Hm. Äh, achso, das war das. Und das ist ein Sting, der mal ist weg. Warte mal, haben wir schon die Wurm... Oh, wir haben schon die Wurmgruft gefunden. Also im Prinzip könnten wir uns jetzt noch eine Quest holen. Also eine halbe. Eine halbe Wurmgruft. Wollen wir uns einfach mal durchprüfen? Die Wurmgruft dauert nicht so lange. Dann prüfen wir uns da einfach mal durch, würde ich sagen. Also ich meine, die dauerte nicht so lange. Ich will eigentlich nicht. Aber guckt euch erstmal ganz genau hier diese ganzen eingesponnenen Leichen an. Lecker. Mein Gott, Friedrich, bist du's? Ich wusste, du bist nicht natürlich gestorben. Ich hab dir gesagt, geh nicht in die Kalonisation. Da gibt's keinen Wurm. Ja, super. Hier bringen meine Facebook-Freunde auch so richtig viel. Weil, hol mir den Weg blockiert. Weil ich nicht suchen kann, du Idiot. Au. Dann geh weiter nach vorne. Geh weg. Ich kann nur prügeln, wenn du mir aus dem Weg gehst. Ups. Scheiße. Ich bin gleich. Hat gleich. Das ist dein Problem. Ich hasse dich. Boah. Scheiße. Ja. Diese Blitze sind böse. Welcher Idiot hat seine Facebook-Kommisse angerufen? Ich glaube, ich schicke die mal weg. Die Nerven hier in diesen Dungeon nur rum. Ach nee. Echt? Ja, und wieso haben wir denn hier... Oh, ich hab'n langen Weg gefunden. Äh, wo sind meine Facebook-Freunde? Ich kann die nicht wegschicken. Boah. Dann sind wir was anderes. Zum Beispiel Twitter. Ach, da sind sie. So. Jetzt sind meine Facebook-Freunde Geschichte. Und jetzt konzentriere ich mich auf meine bösen Flüge. Ich weiß nicht, dass ich meine Tussi mit dem Bogen dabei habe. Mhm. Und wir waren ja so klug und haben die anderen genommen. Was meinst du wohl, warum ich gesagt habe, ich behalte meine Tussi? Oh, Moment, wo bist du? Oh, Moment, wo bist du? Ich wollte den Ring klauen, da stand mir so'n Klopps im Weg. Hahaha. Und hier steht immer so, oh shit. Bei dir steht oh shit geschrieben? Geil. Mir gehen langsam die Tränke aus. Die Dinger ziehen mich hier ganz schön. Oh, hab ich noch. Na los, hier. Gehst du durch die Tür. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Wieso nicht? Geh durch die Tür. Aber schon mal haben wir eine schöne Truhe gefunden. So. Endlich finde ich auch langsam mal Köpfel hier. Wop. So. Äh, ja. So, was haben wir denn hier für... Hat hier... Ach nee, ich hab selber eine Identifikations... Na toll, zwei zu Kadaver-Explosion. Warte mal, der bringt das hier sogar im Dungeon. Einen Moment, ich rüste mal kurz meine Kadaver-Explosion aus. Tu das. Ich renne schon mal durch die Gegend. Ich fang schon mal an, wild durch die Gegend zu rennen. Oh, ja. Was hab ich da gefunden? Eine Doppelangst. Ein Handschaden. Dreifach gesockelt. Oh, reich mal rüber. Äh, bitteschön. Wärts. Wieso denn? Ich bin hier schon, bin wieder vorgerannt, so ein bisschen. Ach so, Moment, ich komm mal zu euch. Hm, nom, 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 nom. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Er hat Gene. Das war Tadeus. Eine Doppelangst. Hm, nice one. Ich glaub, diese heilige Kugel, die ich habe, kann man gut verkaufen. Plus drei Eisstoß, eins Telekinese, eins Starte gefällt, plus zehn Leben. Das gibt Code. Am besten kaputt machen, bevor da ein Kettenblitz rauskommt. Ha, ich mag Fernzauber. Ja, ich hab jetzt Kadab... Hey, Hühnchen! Geh mir aus dem Weg! Pass doch, er haut sie, ich grill sie, du lässt sie platzen. Ja, stimmt. Stammbus wird richtig praktisch. Ja, hab ich auch gehört. Oh mein Gott, Stammbus wird praktisch. Hey, Käfer, schon mal eine Mikrowelle von innen gesehen? Ha, 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 ha. Ka-Bü-um! Bäh! La, la, la. Ah, da liegt ein Haltrang. Wo? Ah, hat er schon. Achso. Ich kann's nicht nehmen, wie scheiße. Mach mal was entfernen, infizieren. Verdammte Scheiße. So. Hm. Und? Ich kann weg. Ich gucke wieder mit Ment. Äh, oh ja, nur Amazone halt. Achso. Eine L-Rune! Ja, gib sie mir, ich trag ja Runen. Warte, wir haben schon eine L-Rune, oder? Mit der am Ende? Ich weiß grad nicht. Ich müsste nochmal gucken. Ich guck mir den nächsten Mal ein paar Runenwörter an. Wir haben jetzt insgesamt vier Runen, also ist nicht schlecht. Hm. Ich müsste jetzt aber lügen, ich weiß jetzt nicht, welche Runen wir haben. Aber ich glaub, das reicht sogar schon für ein Wort. Ja. Jedenfalls zwar nicht so ein gutes, aber... Auf jeden Fall etwas, was mächtig genug ist, um... Ja, mich noch hochzupowern. Naja. Ähm... Shadow, fällt dir was auf? Hä? Ja, ich bittere ein Level ab aus dem Nichts. Und Stammbus dödelt ihn daher. La la la. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier mich grad ein bisschen geklopft hab. La la la. Ich hab da schon auf... Ich hab schon aufgeräumt. Ja, 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 ja. Ge weg, geh weg, geh weg. Ge weg. Nein, ich sag... Nein, komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Oh mein Gott, komm, komm. Du weißt schon, dass ich schneller rette als du, ne? Wir wollen aber auch mitspielen. Niemand spielt mit alten Männern. Das muss der Typ sagen, darum rennt wir mit Jack-Up persönlich. Wie gesagt, ich trag nur die Haut von denen, die sie nicht mehr brauchen. Genau, du hast mit dem Jack-Up also vergiftet. New Jack-Man. Cute. Bats. Ich mag das, die Leichen explodieren zu lassen. Und solch ne eng Räumen, wie hier gerade, ist ja praktisch. Gebatzt. Äh. Ja. Was, Obe? Ihr, was ist auch immer, ich wollte das Ding irgendwie, äh, kaputt drüber, aber es ging... Level up! Ah, war nix. Okay, gut, alles gut. Alter. Alter, ist das hier verwinkelt. Noch geht's mir gut, noch geht's mir gut. Nein, dir geht's nicht gut. Nein, das geht noch weiter. Oh, ja. Moment. Moment, ich will mich kurz skillen. Äh, kein Problem, du hast ja Zeit. Keine Ahnung, man. Ja, genau. Ich muss eigentlich aufhören, auf die Fertigkeiten zu gehen, das ist Müll. Ich, ähm... Eisenhaut. Äh, Verteidigung 46. Ich geh weiter auf Eisenhaut. Ja, ich geh schon mal vor. Hm? Wirks. Er rennt schon wieder vor. Ach, das ist so ein Schicksack, grub wie nie. Was für ein Zack. Und ein Knack. Oh, oh. Auch mit dem. Shit, shit, shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich brauch nur dringend neue Tränke. Erstmal Kadaver gespamme. Boah. Alter. Oh, Mana Tränke. Wie viel... Ich hab nur noch einen Trank übrig. Na, hier liegen wir noch. Ganz warte hier. Da liegen. Eins, zwei... Heiltrank, schwacher Heiltrank. Eben, mal her, damit ich brauch grad welche. Ich hab noch einen Rekonerationstrank. Na, soweit reizt grad erst mal wieder. Ich muss mir nur einfach Bescheid sagen. Hallo, Stammboos. Die Achse in die Luft. Ja, der Typ ist so weit weg. Das macht keinen Schaden an dem. Stoß dann, Helm. Meins. Jetzt arbeitet er schon hier wie die Taliban. Erstmal, bis genug Opfer da sind. Ach, ich zünde mal ein bisschen. Äh, also. Was denn? Moskito sparen? Immer mit Feuer. Tsch. Hier ist... Hier ist... Glat, glat, glat. Die Heiltrank... Walolala. Und ich hab schon wieder abzieht, ey. Und ich bin's immer wieder hier, Alter. Ja, sonst bekomm ich ja nix, wenn ich mich nicht mal ein bisschen von der Gruppe abhäußere. Wieso? Du kriegst schon was. Später. Reste. Auf zu, du Vieh. Ich krieg die Tür nicht auf. Ja, das Problem hatte ich auch gerade. Also... Leute, ich bin zu tof, um ne Schwabbeltür aufzumachen. Toll. Schwabbel, Schwabbel, Schwabbel. So, so. Schon wieder. Ach, so. Oh, ich will wieder weg. Ich will wieder weg. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bin tot. Sorry, ich hab explodiert. Was geht? Ähm, so. Wie komm ich jetzt wieder... Portal ist offen. Äh, wie komm ich da hin? Wo ist das Portal? Ich muss jetzt mal das Portal hier in der Stadt finden. Hehehe. Das ist ja auch immer irgendwo im Nirgendwo. Oder? Äh, naja. Eigentlich siehst du's gut markiert farblich. Ich seh gar nix. Hehehe. Wir warten. Ist eigentlich irgendwo in der Nähe vom... Ach ja, und du musst deinen... Dann musst du deinen Sölden auch wieder beleben bei dem Heini. Ich muss das Portal wieder finden. Mach die Minimap an. Die ist an. Da ist nix. Seid begrüßt. Das sieht so normal aus. Da ist nix. Wenn du schon dabei bist, bring ein paar Heildränke mit. Halt die Schnauze. Und Big Mac. Ich bin der große Baum, ey. Du kriegst einen aufs Maul. Ja, ey. Bist du sicher, dass du überhaupt das Portal aufgemacht hast? Frag Stompus. Was? Es ist auf. Ich find's nicht. Wo? Wo? Stompus, geh mal zurück und führ ihn in. Okay. Und bring mir ein Big Mac mit. So, hier lang. Oh, da unten. Wie unnötig. Da unten. Schieß. Ja, da, wo auch schon die ganzen anderen Portale hier gespawnt sind, warte mal. Das ist von ganz alt. Ganz alt, der Graue. Ich würd da gern hin. Lass mich da hin. Ich tu doch gar nichts. Du gehst mir nicht aus dem Weg. Geh in den Raum rein. Ich bin gar nicht mehr hier. Oder was auch immer hier. Dankeschön. Was zum Beispiel? Was treibt die Affen eigentlich? Irgend so eine Dumpfnudel stand mir im Weg. Gar nicht. So, jetzt geh ich mal kurz durch, damit es wieder verschwindet. Komm gleich zurück. Geht gar nicht. Da steht mir ein Baba im Weg. Halt die Fresse. Ich bleib auf der Tür stehen. So, ihr habt ne... Ja, gut. So. Ich bin vor ihm. Yay. Okay, weg du scheißnusses Ding. Wenn ich nusslos. Ja, siehs ist gar wein, Dinger. Oh, ein Rubin. Er lässt ein Rubin fallen. Say what I care. Das ist, glaube ich, gerade nicht auf XP-Jagd. Schwert. So, passt schon. Wie der mal alles einfach hinter mir in die Luft fetzt. Hinter uns hat er. Noch versorgt. So, lass mal den Honkel mitspielen. Nix da. Große Schild. Das ist meine Privatparty hier. Oh, immer diese alten Leute an der Kasse, ey. Oh. Und diese Münze habe ich im Zweiten Weltkrieg bekommen. Und diese Münze hier, die habe ich an der Kasse da drüben bekommen. Wo ich vor fünf Minuten schon genervt habe. Die haben sie mir gegeben, als sie sagten, gehen sie an die Kasse und nerven sie den Typen da. also dieser Zustand ist so erfolgreich. Vielen Dank.